Yay! Gib, 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 gib! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Krypton! Mit dabei ist ja Tegami. Wo bin ich, Tegami? Ja, und wir bauen heute an dem Haus weiter, was da Tegami und der Tarok gestern so schön vorbereitet haben. Ja, der Tarok hat nur geholfen auszuheben, also so war ich das eigentlich größtenteils. Okay. Ja? Ja, mhm. Ja. Ja, genau. Hast du verstanden, ne? Ja, hab ich verstanden. Gut. Okay, wundervoll. Was müssen wir sammeln? Ressourcen, oder? Müssen wir irgendwelche Ressourcen sammeln noch? Also, ich habe jetzt noch zwei Stacks Oakwood. Das dürfte eventuell eine kurze Zeit lang reichen. Vier Stacks Stonebricks. Ja. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir das denn machen? Wollen wir das jetzt hier so machen? Äh, dass jetzt hier das Holz gerüst ist und dann eins nach innen gesetzt, kommt dann ein Stein, die Steinziegel, also kommen die Steinziegel hin, oder dass die dann direkt hier in den Holzrahmen reinkommen. Verstehst du, was ich meine? Okay. Verstehe ich. Ist die Frage. Also, mich würde es mal interessieren, wie es ausschaut, wenn sie innen sind. Okay. Ähm, dann hole ich mir kurz Holz. Und Hölzerchen. Gold, ich liebe Gold. Äh? Gold, ich liebe Gold. Ich sehe gerade bei Odessa die Spur. Und? Ja, und dann würde ich halt hier in die Ecken dann noch die Treppen reinsetzen. Ja, gut. Ja, machen wir das so. Ja. Warte, dann lege ich mich noch kurz pennen. Kann ich noch nicht, super. Äh, übrigens, wenn hier was gewachsen ist, dann kannst du das immer mit, äh, Karotten ersetzen, denn Karotten sind effektiver als Weizen. Wo sind denn die Karotten? Die Karotten? Sind doch in der Kiste da drin. Ah, ja, da. Hast du dich nicht so überlegt gerade da reingelegt? Nein. Okay. Ich habe damit gar nichts zu tun. Äh, falls du Rüstung brauchst, da sind noch zwei Teile drin, ne? Kannst du anziehen, wenn du willst. Vergreif mich dauernd. Im Ton, hahaha. Aha. So. Hä? Nix. Äh. Äh. Ich kann dir mal die Hälfte von den Steinen geben. Ja, gib mal her. Hallo? Ach, hier funktioniert Steuer und Q nicht. Und Mist. Hä? Natürlich. Äh, nein. Ist irgendwie... Schau doch. Sekunde. Hä? Ja. Ja, bei mir aber nicht. Hier guckt, wenn ich das hier Steuer und Q drücke. Steuer und Q. Passiert gar nichts. Komisch. Weiß ich auch nicht warum. So. Äh, wollen wir denn hier ein Fenster in die Mitte reinmachen, oder machen wir das ganz zu? Na, wenn, dann schon noch Fenster, sonst wird's... Okay, Gott. So total... Hier in die Ecke würde ich das aber direkt so machen. Ja, hätte ich auch. Wird schon. Ja, genau. Warte, ich hab Erde. Upsa. Ich kann ja... Wollen wir Eichenholzboden nehmen, oder? Dann würde ich den nämlich schon mal reinsetzen. Äh, ja. Gut. Nehmen wir Eichenholzboden. Ich mach mal in der Mitte noch keine Reihe, damit wir dann die Fenster am Ende sein können. Mhm. Mhm. Ja, super. Wer den Äußerstnetz aber lassen könnte. Ja, gibt's ihn, ja. Wir hätten uns irgendein Thema oder sowas raussuchen sollen. Das hat ja schon beim letzten Mal nicht funktioniert. Hä, doch. Das hat doch voll gut funktioniert. Ja, super. Das funktioniert. Ähm... No. Ne. Äh... In die Ecken würde ich schon einfach... In den Ecken würde ich murksig sein und dann einfach Erde da reinsetzen. Das sieht man ja eh nicht. Glock, Glock. Ach ja, wie hab ich doch das leise Glocken von Stein und dergleichen vermisst. Ja, ist das so? Ja. Okay. Ich hab schon echt lange nicht mehr richtig Minecraft gespielt. Haben wir alle nicht. Mich eingeschlossen. Mh... Komm ich nicht dran. Ah. Mit welchem Modpack... Quatsch. Mit welchem Modpack? Mit welchem Mods wollen wir dann eigentlich anfangen? Also, ich will auf jeden Fall Applied Energistics verwenden. Okay. Und... Ja, Industrial Craft, ne? Ja. Ja, Standard, ne? Ja. Also, das ist so... Hilfe. Gott, kommst du da nicht mehr raus? Na nicht mehr. Wollte doch einfach hier an der Seite irgendwo da... einen Ausgang. Oder ich mach hier kurz das dann nochmal weg. Oh. Falsche... Ja, da drüber ist aber was. Ach so. Aber warte, machen wir das einfach. So. Oh. Ja. Gut. Super. Gut. Will ich wieder zum machen? Nein, lass mal. Nee, nee, lass ruhig. Wir werden da wahrscheinlich noch ein paar Mal runterfallen, wie ich uns kenne. Ähm... Ja, ich würde vielleicht einfach... Irgendwie wollen wir das mit dem Haus machen? Teilen wir das? Oder benutzen wir einfach beide das Haus? Ja, ich hätte gesagt, wir können ja im... Wenn wir uns wirklich nicht mehr riechen können, am Ende können wir dann immer noch... Kann einer in und einer noch oder beide ausziehen? Das ist ja dann... Aber ich würde am Anfang sagen, das ist ja eigentlich der Start dann leichter, wenn wir beide alles benutzen können. Ja, gut. Okay. So. Du riechst aber nicht meine 10 Diamanten. Na gut. Ja, ja, du bist nämlich ein Dieb. Ich habe dich geschaut. Du willst nur meine Diamanten haben. Ich brauche Erde. Einfach nicht drauf. Haben wir keine, tut mir leid. Oh, ich bin in den Kissen vorbeigelaufen. Ach so, was aber auch. Hast du schon wieder vergessen, wa? Wo was ist und so. Wo muss ich jetzt gehen denn? Es ist doch überhaupt nicht spät. Noch. Schön. Schön. Okay, wenn du meinst. Nein! Ne, meinst du nicht? Doch, meine ich nicht. Ach so, okay. Wird es schon wieder dunkel? Ne. Da muss die Helligkeit höher drin. Ich habe die auf 100 Prozent. Ich habe die auf Moody. Sollte vielleicht auch mal ein bisschen wissen. Ja, du musst die eindeutig mal hochstellen. Das ist mir nämlich auch in der ersten Folge heute aufgefallen. Es ist viel zu dunkel. An manchen Stellen. Das war jetzt richtig sinnvoll. Das guckst du dich so deppert an. Ja, das war jetzt richtig sinnvoll. Warum hast du da nicht Holz hingemacht? Ach, haben wir kein Holz mehr? Ja, doch, doch. Hier muss überall Erde hin. Das sieht man doch eh nicht. Ach doch, von unten. Verdammt. Geh ... Bin eigentlich davon ausgegangen, dass man das nicht sieht. Ja. Nein, falsch. Ja, da komme ich dann nicht mehr hin wenn du da wohnen commencé. Jaja ist doch gut. Ey, du hast ja die Erde gegessen, öh, vergessen. es macht so spaß erst mal wundervoll nichts anderes machen als blöcke setzen haben wir noch äh ziegelsteine oder halt ich habe noch anderthalb stacks im inventar ja dann gib mir mal diese ziegelsteins ja ich mich die ziegelsteins sekunde i come to you da hier die kannst du auch haben und warte das auch du kannst ja schon mal noch ins deck reinlegen in den ofen damit damit wir dann gleich noch was von haben wo kommt eigentlich die tür hin die tür eher nach vorne logischerweise war gut und dort in der mitte oder was ja irgendwo da wo haben wir sie steins damals steins kommen steins und dann heißt das löscht ein schaust du eigentlich game of thrones game of thrones schaue ich nicht ne ich bin kein game of thrones freund irgendwie ich habe mir noch nie eine folge angeschaut ich kann sie nicht sagen ich auch nicht ich habe auch noch nie irgendwas davon gelesen ja ich sowieso nicht naja okay du hast ja noch nie her der ringe geschaut also von daher ist das eigentlich ja weiß nicht das ist irgendwie du bist vor kurzem ja auch noch nie star wars gesehen gehabt oder also was habe ich star wars hast du bis vor kurzem habe ich erste bis dritte folge auch noch nicht gesehen gut musst du sehen was bis dezember 2015 musst du sehen ja warum ach so da kommt hier sieben episode sieben raus ne so weiß ich nicht ob ich mir die direkt holen werde ich hole mir die nämlich immer nur wenn die dann auf dvd draußen ist deshalb habe ich auch erst am reiter so was muss man im kino schauen finde ich ja bei mir ist voll in der nähe kein in der nähe voll kein kino voll in der nähe kein kino ja ja bei mir ist das nächste kino in meinen namen sage ich jetzt nicht und da ist es voll voll umständlich von hier aus wo ich wohne hin zu kommen fährt bei euch keine bahn oder sowas ja eine bahn es fährt ein zug aber der fährt auch erst im nachbar ort los da fährt auch nur ein bus alle so und so viele stunden ja bei mir ist hier alles sehr schwierig du wohnst ja wirklich am arsch der welt ja das muss man wirklich mal sagen ja ja am arsch der welt wohne ich ist einfach so leider gesundheit danke das war ja ganz schöner sprühregen gerade äh was ganz schöner sprühregen hat sich sprühregen hat sich sein sprühregen sprühregen ok hat sich das an als würde ich furzen äh ich habe nur furzen gehört ich glaube es reicht mir auch äh ich muss gleich niesen ich hasse es wenn ich niesen muss vor allem dieses gefühl wenn man kurz davor ist zu niesen aber nicht niesen kann ja das ist scheiße ja aber persönlich mag ich sehr zu niesen ich liebe es zu niesen das niesen selbst ist eines der geilsten gefühle überhaupt naja dadurch dass ich chronischen dauerschnupfen habe bin ich da eher anderer meinung pff so da kommt dann sehr kam zu der dor naja ich habe übrigens auch schon stein äh quatsch glas gebrannt äh ich würde tatsächlich nicht solche durchgehenden fenster rein machen weil Ich finde irgendwie, wenn da solche durchgehende Fenster rein sind, dann kann man irgendwie voll schlecht irgendwas platzieren, weil dann immer die Fenster da im Weg sind. Ja, dann mach mal, wie du meinst. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich meine. Ich bin immer sehr schlecht im Dekorieren. So was kann ich ja auch nicht. Äh, wie machen wir das denn hier? Was denn? Nein, ist die Gott. Ich bräuchte noch, hast du noch, haben wir noch unverarbeitetes Eisen, Weizen, nein, Eichenholz? Äh, nee. Scheiße. Ich bin alles weggegangen. Scheiße. Soll das so sein? Kommt doch nicht mehr hier so, so. Was? Ich hätte hier auch noch, äh, Eichenholzchen gemacht. Mhm. Ja, ich hab mir auch gedacht, dass wir dann noch eine Etage... Nee, warte. Wie hab ich mir das gedacht gehabt? Äh. Auf jeden Fall kommt da noch... Also hab ich mir überlegt, dass da irgendwo ein Balkon hinkommen könnte. Und von diesem Balkon aus gehen dann nochmal Pfeiler nach unten runter. Ja, ähm, ist, äh, wie, wie heißt's, äh, wie schreibt man das? AdMod, oder was? Äh, was? Äh. Wieso AdMod? Nein, äh, wie heißt denn, äh, Bibliocraft heißt das? Nein, oder? Nein, äh, äh, äh. Na, wie heißen denn die... Was denn? Microblogs, danke. Es kann übrigens sein, dass ich gleich durchs Spiel fliege, es ist nämlich grad mal wieder keine Rückmeldung. Ganz toll. Bei mir bist du noch da. Ja, ja, ich kann auch noch alles sehen, was passiert und so, aber es ist einfach weg. Oh, wie viel Minuten haben wir eigentlich? 17. Okay, drei Minuten noch, dann können wir die Folge hier beenden. ich hasse es nachkommend die schließt dich direkt go away program schließen nein nicht lösungen suchen einfach schließen und maul halten bis dich endlich danke so neu starten wundervoll was wollte ich ach ja ja dann beenden wir aber an diesem punkt die Frage ja ist vielleicht besser ja gut dann sage ich danke fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge vor allem Krypton ja sehen wir uns und ja wenn es euch gefallen hat einfach Daumen hoch wenn nicht dann Daumen runter oder einen Kommentar da lassen wir lesen alles ja und wir antworten auch alles ja 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 wir vor allem antworten alles ja ich habe auch schon mal geantwortet ja aber auch nur weil du nicht da gut ja bis zur nächsten Folge ciao ja tschüss